Ich bin Anastasia und ich erzähle euch heute eine Geschichte. Die Hitze. Kein Wasser mehr. Ich spiele sehr gerne Fußball, bin auch nicht mehr in der Schule, weil ich Fußball immer noch Training habe. Und morgens bis abends. Und wer sagt, dass du das bestimmen darf? Also ich würde vorschlagen, dass wir gucken, was wir jetzt brauchen und wer geeignet ist, bestimmt auch kaum zu übernehmen. Wir gehen die Stunden lang. Wir gehen auf Expedition. Wir streichen durch die Trümmer. Könntest du vielleicht in diesem Duell wahrscheinlich vielleicht versuchen, ein App für uns zu machen? Mann, jetzt ein Döner. Ein Teller. Ich will eine Dusche. Das Kind kommt. Ja. 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 hey, hey, hey – hey, hey … Feuile Gesicht ngahmer Salala la 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 … Feuile Gesicht ngahmer Aber was ist, wenn wir hier Firma leben? Andererseits ist es auch ein bisschen fies, unseren Kindern so ein Schicksal zu überlassen. Mann, Leila, ich kann nicht mehr. Ich brauche meine Bücher. Ich will ja nicht immer so gemein zu den Mädchen sein. Aber ich weiß nicht, wie ich mich sonst verhalten soll. Ich weiß nicht, wie ich mich sonst verhalten soll. Ich weiß nicht, wie ich mich sonst verhalten soll. Ich bin ein Bier und mir ist nichts. Wasser ist angerichtet. Alles spielt nur noch das Spiel. Das reicht mir jetzt. Ich ziehe jetzt den Stecker. Die Hitze. Kein Wasser. Plötzlich war nichts. Dann. 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 Dann.